Hallo Leute und Herzlich Willkommen zurück beim ETA Hallo Hallo Missing Textures Missing Textures Beim ETA Portal Ja Das Texture Pack liegt nicht Du hast jetzt das Texture Pack das ich auch habe oder? Ja das Keine Ahnung was Bei dir dürfte es eigentlich nicht stehen Als letztes Mal auch nicht Nö bei mir wird das ETA Portal auch angezeigt Strange Strange Ich geh dann nochmal in den ETA glaube ich Und fahr mir nochmal ein paar EXP Aber erstmal gehen wir in die Mine Gute Idee ne tschüss ich bin jetzt weg Ich bin weg Nein ich geh jetzt auch in die Mine Wollen wir denn mal erwähnen was du heute Abend so vor hast Was da war Was? Was habe ich vor? Auto da draußen Ja erzähl doch mal was du heute Abend vor hast Was habe ich denn vor? Wo bist du überhaupt denn? Ich bin hier unten immer noch auf einem Feld Was habe ich denn vor? Ja was hast du denn vor erzähl doch mal Ich weiß es nicht was habe ich denn vor Hups macht sich heute Abend erstmal voll fett ab in die Schweiz Mit so einem Ja aber dann ist die Folge schon lange draußen Ja Wir haben heute den 16. Juli Genau Und dann macht er sich heute Abend erstmal voll fett alleine auf in die Schweiz Erstmal ohne mich Erstmal ohne dich genau Wir haben gestern noch in einer mega Aufnahmesession Ich war heute so müde auf Arbeit ne Boah Echt? Ich hab noch bis um zwei Ich hab noch bis um zwei am random gesessen Also am Echt jetzt? Am zuschneiden und so Ich war tüchtig fertig heute Ja und dann haben wir noch vier, drei Komplett aufgenommen Und joa War geil Hühnchen So wie sieht denn das aus mit der Holz im Rand Kannst du mal gucken? Kannst du mal mal Ja sieht wunderschön aus lass uns jetzt in die Mine Ja dann müssen wir hier lang Ja ich will mal eben die Melonen zurückbringen Und ein paar Tränke mitnehmen Damit falls du abkratzt Wäre noch was in der Hinterhand da ja Hinterhand Ich leg mal ein bisschen Crab noch aus dem Inventar Splash großen bla 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 Blablabla Schade dass wir hier kein Lagersystem haben Blablabla Achso ein bisschen Holz wollt ihr auch mitnehmen Schauen wir dann das rein hier Joa Hier eine Melone brauchen wir jetzt nicht unbedingt Den Weizen Ja Und was machen wir in der Schweiz? Das Fleisch können wir mitnehmen? Rumgammeln Ja mach doch mal hier Fett irgendwie Dick Party Ja Ich leg alle ein Genau Ein bisschen Erde vielleicht falls wir uns noch Ich hab noch Wasser halt Ich nehm den leeren Eimer mit Das passt schon Kommst du mit? Jetzt? Sofort? Wir sollten uns beilen Ich hab 19 Brote Und noch 10 Fleisch Also das Warte Türen So Hast du die Haustür noch zugemacht? Nein Eine Schande Ja ich möchte doch keine Monster mehr im Haus haben Wir sind doch nicht mal Monster Ja So mit einem Grund Ja da hinten sind doch welche Wo denn? Oder auch nicht Ich seh hier keine Oder auch nicht Habe ich doch gesagt Ich kann nicht blinden Wir gehen jetzt mal ein bisschen durch die Landschaft Vielleicht haben wir sie hier einfach ausgerottet Mit unserem Hier lebe ich Style Sicher dass du Ja ich hab Diffi Kulti 2 Ja ich hab Diffi Kulti 2 Kannst du am Chat guck Ah da hinten sind Monster okay Jetzt auf einmal Kannst du am Chat gucken Da steht da das schonmal Na ja ja Oh nein die schöne Skelette Geil Oh mein Schwert Ist geil Bam Seit wann droppen die keine XP-Man Aber ein Schlag was? Was? Bei Zombies? Ein Schlag für ein Zombie habe ich gerade gebraucht WTF Junge Hast du aber Critical Eigentlich nicht Ich hab ja nur Knockback 4 drauf Ein Bun 1 und Rückstoß 1 Also naja Ist eigentlich nicht so geil Ich geh jetzt in das Sumpfgebiet und suche mir irgendwie eine Höhle Ja ich bin schon in die Höhle Ich glaube ich hab schon eine gefunden Waren wir dann nicht schon mal drin? Nein wir waren nicht noch Nicht noch Drinnen 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 Lass mir meine Sprachfehler Schubidibidi Schubididu Du hast echt Wortfindungsstörung hast du Oh jetzt hab ich ihn mit der Naja Ist ja schönes oder? Ja voll schön Nein jetzt komm mit Wir finden schon eine Wir finden schon eine Ich bin Free Apple Ja ich bin Free Apple Also gut erkannt Du bist 50 cm Ich mag keine Äpfel Ich mag Äpfel 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 sind cool Ja ich auch Äpfel sind ganz fresh eigentlich Ganz frisch? Fresh Ja fresh schmecken dir am besten Du machst auch so einen Jobplan wie ich gerade Jetzt komm ich nicht mehr hoch Hier ist eine Seerose über mich Über mich Über Mein Kopf Ist aus Ist aus Du hast übrigens einen Fall im Nacken Ach geil Verstehe ich drauf Ja in deinem Stirnacken da bleiben die einfach stecken wirst du Stirnacken Was ist hier? Haben wir hier schon mal? Nö Creepy aus Creepy Na ich lehre nichts Ach Die 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 Hier war ich vorhin auch Nur zur Info so Okay Und hier Hühner Hier kommen wir doch her Hier ist doch der Dschubidubidubidu Ich muss was einstellen Ich muss was einstellen Schubidubidubidu Komm jetzt Hier können wir nicht lang Ach das war nicht auf Max FPS Das war nicht auf Max FPS Komm wir geh mal hier lang Wo bist du denn? Hier unten Hallo Hä? Hinter dir Hä? Hä? Hier sehe ich nicht Wo bist du? Ich sehe ich nicht Ich bin neben dir Hehehe Leck Leck Ja kurz kurz geleckt Aber ich denke mal Wir brauchen nicht verdammt nochmal den Server Junge Junge Wir brauchen echt mal Ähm Mehr Verstand Hehehe Den brauchen wir auch ja Aber den können wir uns hier mit Geld kaufen Ah wer weiß Wer weiß Ich glaube wir finden nicht nach Hause Ja das fürchte ich auch Hehehe Scheiße Doch ich weiß noch wo es lang geht Ja ich auch So zum Teil Komm da hinten lang Da hinten ist Wo bist du? Wo bist du denn? Hier Rechts Links 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 Hallo Alter Warum bist du denn so weit weg Mensch Ich lauf hier immer am Strand So weit weg Hey hier ist ein Stempel Stempel Wollte ich grad sagen Ein Stempel Ein scheiß Stempel Komm wir da rein Wollte ich doch einfach durch Ja Wollte ich grad machen Mann 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 Du gehst runter ich gehören Komm hier scheiß Schau fallen Was? Oben ist glaube ich nichts So viel ich weiß Stimmt Was hast du? Bisschen Eisen Bisschen Gold Ne kleine Falle Ne da hinten Bau ich immer ab Komm und so an die Küste Aua Aua Emeralds Eisen Rotten Flash Ich glaub mal gucken Flash Achso Ja da sind nur Verkabelungen und so Achso Oh hier ist noch ne Küste Ach das war die Küste Genau das gleiche hatte ich auch vor Gehen dann bau doch ab Ja bich schon Schmin 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 schneller schneller sch Und die Dispenser Whatever Warte Da wollte ich die Pfeile Danke Hab die Pfeile Und jetzt geht's weiter und jetzt geht's weiter Schubidibidibidu Hella Und jetzt geht's weiter und jetzt geht's weiter Wo bist du hin Ach noch im Tempel Ach noch im Tempel Ach noch im Tempel Das interessiert mich aber kein Stück Ach noch was Nein Ach noch im Tempel hab ich gesagt Ach so Da hinten ist ne Höhle Wo Wo Da Hin da Sofort Sofort Lauf so schnell du kannst Ja der Djungle hier Ich setze dich Pikachu Wo Jetzt auch wieder Oh jetzt ist Wasser geschnitten Schubidibabadubidu Kohle Schabodidibi Schabodidibabu Mitnehmen Hier geht's ganz schön tief runter Ich glaub ich falle Ich glaub Oh hier ist noch nichts Oh noch ne Kohle Das ist aber meine Das ist aber meine Meins 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 Meine Kohle Meine Kohle Meine Kohle Ich habe keine Ahnung Was ist das? Silber Aber wir sind ja doch nicht in Fietgebiest Das ist Iron Neu Warum sieht Iron denn wie Silber aus? Wie kommen wir denn da unbeschadet runter? Ach gar nicht Ok So So Jetzt springen wir die Party hier Aua Aua Sag mal Hö So Haben wir Jetzt gehts hier richtig Gebiet gesichert Ok hier gehts über jetzt Du musst doch das Eisen mitnehmen Mensch Ja wir müssen uns erstmal einigen wo wir hingehen maan Aua Ganz tief rund Oh fuck fuck Ok wo gehen wir lang? Ganz tief rund halt Komm her Du wieder die Ok hier gehts anscheinlich weiter Ja dann bauen wir hier erstmal was auf Eisen Eisen Na nicht wie Diamanten Ich wäre das große Glück Jetzt komm hier man Ich meinst halt ernst Wir brauchen eine Kohle um zu leveln Weil dann können wir uns irgendwann ein Fortune machen und dann Ja dann können wir vorziehen Oh ne Fledermaus Nehm nicht ich finde ich schon Welche Höhe sind wir denn Y46? Mann Oh hier gehts ganz schön tief runter Toll Runta Ja Ist bei mir grad aus Oh hier gehts schon wieder tief Alter wie viel Eisenjunge Hier gehts tief runter Hier gehts tief runter Ich glaub ich springe jetzt runter Hier gehts tief runter Hier gehts tief runter Ich hab nen Cave gefunden Und ich bin scheiße nochmal vergiftet Leck mir doch die Eier Toll Ich bin tot Nein bist du nicht Ich hab mich grad mal mit ner Heiligen Potion geposht ne Geposht Ich war fast am abkratzen Hast du dich geposht ja War es wieder Ja geposht Richtiger Poser war ich Ein bisschen richtiger Poser alter Lol Das ist so schlecht Das ist auch so Das ist richtig schlecht Ich mach den Spawner kaputt Ich mach den Spawner kaputt Leck mir doch die Eier Ich bin wieder vergiftet Wieder vergiftet Alter Schub auf dein Leben Klar man Ich bin gleich tot man Weißt du wie viel die eine abzocken Ja warum bist du denn da unten Warum nicht Weil es Spaß macht Weil es Spaß macht zu sterben Aha Ich sammle hier ganz fleißig Eisen Und sterbe nicht dabei Ich hab den Spawner gleich Ganz leise Pst Pst Ich hör den Spawner glaube ich Ist das ein Zombie Spawner? Nein Spinnen Giftspinn Spinn Spawner Spinn Spawn Watt ist sie Oh Ah jetzt ein Cave Ein Cave Bist du grad bei mir? Ja so ziemlich Hallo Spinne Wenn ich jetzt Hallo Hallo Ich bin tot Hundertprozentig Ich krieg irstm mal die XP Warte mal ich muss mich hier mal richtig hinsetzen Ehhh pictures Oh Oh Ne Boah Ding 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 Johnny de le de de... Ich suche mir irgendwie in den Quackmeyer Song. Quackmeyer, Quackmeyer... Gigiigi go. Gigiigiigi... Ich habe einen Minecraft mit Kiste gefunden. Ja, das gibt's auch noch was... Oh zwei Diamanten, zwei Diamanten... Uua! Nicht in deiner Nähe, glaub ich. Ich bau mal die Schienen hier ab, okay. Mach das... Mach da... Ne... Wofür? Wir bauen jetzt nichts mit Schienen verdammt... Ja, dann können wir eine Rundfahrt bauen. Eine Rundfahrt. Eine Rundfahrt. Das würde so hässlich aussehen. Ja, würde es. Aber ich mache es trotzdem. Nein, machst du nicht. Weil es hässlich aussieht. Hässlich. Hässlich. Deine Mama ist auch jetzt lieb und du liebst sie trotzdem. So. Du bist dich gegeben, Alter. Wer sagt, dass ich sie liebe? Oh, stimmt auch wieder. Du bist ja ein Arschloch. Hab ich schon vergessen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Habe ich jetzt die Schiene wegen dir eingesammelt. Where, where, where do we go today? Auf welche Höhe sind wir denn? 34. Ich mache mal einen Screenshot. 33 bin ich. Ein Screenshot, ein Screenshot. Leck mir die Eier. Hier ist ein Spalt. Wie viele Minuten haben wir denn? Ein Spalt, ich weiß es nicht. Viel zu viel wieder. Ich habe einen Spalt. Na ja, ich weiß es nicht. Äh. Warte mal. Ich muss mich mal hier... Du, Bidi, Bidi, Einspalt. Oh, scheiße, man da. Ah. Was machst du? Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Okay. Wir haben Zeit. Du musst erst mal den anderen PC standen. Wo bist du denn lang? Zeit. Äh, in die andere Richtung, wo du gerade gestanden bist. Moment, wir sind hier auf Z. Ich kann... Ja, und gleich sind wir noch tiefer. Ich kann... Ich kann Dings nicht sehen. Sind wir auf 29? Wasser. Neun und... Komm runter, da ist Wasser. Hier ist ein Spalt. Halt. Hier ist ein Spalt. Halt. Schubidi, Bibi, Bibi, Spalt. Wir sind jetzt auf Höhe 20, glaube ich. Ne, wir sind auch für 13 hier unten bei mir. Ja, hier sind wir für 13. 15. 13, okay. Eisen. Wir werden so nicht nach Hause finden, ne? Das sage ich dir jetzt schon. Werden wir, werden wir, werden wir. Ja, im Game Mode. Eventuell. Jetzt müssen wir hier, da will ich nicht hinnehmen. Nein, da will ich nicht hinnehmen, will ich wenigstens den Spalt eben nochmal angucken. Guckst gerne Spalten an, ne? Na, ist ab und zu. Aber auch nicht bei jedem. Aber auch nicht bei jedem. Zwischendurch. Das macht Phipps auch nicht bei jedem. Das ist eine Ehre, man soll es hier wissen. So, ich mache jetzt hier, ich mache jetzt hier fucking Strip-Mining, Mann. Aber das erst in der nächsten Folge, Leute. Das heißt, wir sehen uns dann. Nein. Morgen. Tu uns das nicht an. Doch, tue ich. Bis dann, hau rein. Macht's gut. Okay. Wie ist es. Untertitelung des ZDF, 2020